Willkommen zu einem neuen Video. Das ist mein Freund. Was guckt denn der so doof? Guck mal Tobi. Was guckst du so blöd? Olaf vloggt. Scheiße. Will keinen Anruf. Also du hättest gern Jägerschnitzel mit Pommes, ne? Ach Scheiße. 6,4, 6,5, 6,4. Große Pizza. Margarita. Guten Abend. Ich hätt gern einmal eine große Pizza Margarita. Ja. Und ein Jägerschnitzel mit Pommes. Ähm liefern bitte. Ich hab hier ein ganz schönes Doppelkinn. Das ist ja ein Handy. Doppelkirchen. 31 00. Let's go Ach, Junge Oh Gott, oh Gott Gott, Letten 100 Millionen GTA-Dollar, Rang 200 Könnt ihr euch jetzt sehen, wenn ich hier draufklick Ja Na, wenn ich jetzt da draufklick und du das verpixelst, weißt du die Accountarten trotzdem Ja Guck mal, hast du wieder gehauen? Oh ja Volle Packung Von wem denn? 300 Gramm Wupsi Nein, nein, nein Ja, wir gucken uns grad den Vlog an 20 21 Warte, das ist der 21. Datum Soll ich weiter machen? Ja Von, von, von 300 Gramm Das habe ich auch meinen Eltern gezeigt Ja, was steht hier? Ja, was steht hier? Versicherungsempfang Versicherungsempfang Der Typ da Der sieht aus wie der da Ja, finde ich überhaupt nicht Ich finde schon Guckt euch doch mal die Ähnlichkeit an Also der da Und der da Und der da Familien am Limit Baden-Württemberg Die demokratische Gemeinschaft Ja Schönen Tag Kurzes Interview Ja, hallo Hier stehen sie zu kühn Ich mag Kühe Sie landen bei mir Das ein oder andere Mal auf dem Teller Und, äh, da Ja? Und sie kommen Ja 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 Zeben Trollen La, der Hunde La, der Hunde Der gute Bauern Danke Einer entscheidet alleine Alter, krieg ich einen Copyright Strike Auf mich in der Schuhe Sie hat eigentlich gar nicht Fettes Murmeltier Ich geh jetzt Auf Spielplatz Let's go Fantastisch Ja Freunde Was geht? Ja, Freunde, was geht? Na, ist Toni? Na, geht's in den kleinen Streuner? Ui! Immerheben! Wer bin ich? Das ist Hilde. Nein. Wo ist das? Nein. Ja, dann! Hilde! WTF! Wir hören hier mal eine Musik. Jaa. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 1. 1. Hey, ciao. 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 Hilde. Ja. Du bist jetzt. Ja, warte. Lass mich mal ganz kurz auf die. Der Fette muss aufs Klo. Ich film dich beim Pissen. Was ne fette Sau. Hilde. Vielleicht brauchst du noch. Gucken ob ich beim Film erwischen kann. Äh beim Pissen. Filmkartenkacke. Hab dich. Wo ist er dann? Ist er dann Hilde. Hilde? Anders kann er nicht sein. Hier kommt mal ne Bäre raus. Wie stand er eben? Hey. Soll der Scheiß, ist das ein Kreuz oder? Soll er anscheinend ein Kreuz darstellen, aber... Wieso? Ist ja nett ey, wo soll der sein? Hm. Kein Atem. Da ist er doch. Scheiße. Hallo. Weiß keiner. Ne? Also wenn er hier nicht ist, ne? Wo soll denn der sonst sein? Scheiße doch. Scheiße. Scheiße. Verarschen. Okay. Also da liegt. Seine Jacke. Ja weit und breit keine Hüge. Hm. Also es ist seine. Auf jeden Fall. Zettel. Steht da drauf. Hm. Lass ein Fall sein. Nach links. Alles klar. Wieder keiner da. Verarschen. Okay. Da liegt wieder ein Zettel. Dieses dumme Arschloch. Bleib hier. Ich hab mich jetzt mal hingesetzt. Ich hab ungefähr eine halbe Stunde lang überlegt, was das heißen könnte. Und ich weiß ja, dass die Hilde ganz oft rückwärts schreibt. Und deswegen könnte das hier du heißen. Das hier findest. Und das alles hier du findest. Ich bei der alten Hütte im Wald. Ja wir waren früher bei so einer alten Hütte im Wald. Und ja da fahr ich jetzt hin. Das hier ist die Hütte von dem die Hilde gesprochen hat. Ich hoffe hier ist er drin. Okay. Also hier war schon mal jemand. Naja. Bei dem sieht das jetzt so aus. Hier war schon ein bisschen Schiss. Ist die jetzt da oder? Wo ist der denn? Hier am Fenster stand der grad. Das ist auch nicht. Kinder und Riesen. Nee. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Was ist das denn? Alter. Ich bin hier. I'm here. Was soll denn das sein? Oh Gott. Geh mir erstmal raus hier. Ich bin hier. Ein Kreuz und eine Schaukel. Gleich ist er beim Spielplatz. Jetzt gehen wir mal hoch schauen ob der da ist. So. Magma hoffen. Das der Scheißer hier oben ist. breit und breit noch keine Hilde, breit und breit. Warte. Sieht auch nicht normal aus, oder? Wo warst du die ganze Zeit?